So, nächstes Paket hier aus Polen. Ja, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. So, top, top, top. Ja, jetzt mal gespannen. Das sieht sehr gut aus. Fangungsmaterial ist das. Ja, einmal dumm um 20mm Single Shop. Auch sehr nett eigentlich, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht ob ich den bestellt habe. Dummum Triple Shop. Keine Ahnung. Baum, aber gut. Äh. Klassik. Baum, baum. Heißige Millimeter Single Shop. Ja, top. Scream Single Shop. Ich weiß auch nicht ob ich den bestellt habe. Aber top. Jetzt kommen hier. Meld Bulldog und Dummum gemischt. Ja gut. Kann ich zwar selber nehmen, sind auch gleich identisch. Aber wo du vier Stück erst mal. Achso, ja. 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 Ähm. Das sind jetzt schonmal. Neun Stück. Oder acht Stück. Genau. So. Einmal die Signature Range vom Farzeg Millimeter Edition. Ähm. Das ist anscheinend F2. In deutscher Beschreibung alles top. Ja. Das sieht auch gut aus. Okay. Eine Batterie. Haha. F2 Batterie. Ja. Eine Batterie zur F2 Batterie. Einfach. Ich ziehe jetzt nichts besonders drauf. Weck Skorpion. Und nochmal die Signature Range. Okay. Signature Range.